Ja, was soll ich euch sagen? Das mit dem Mut, also nicht nur zum Hut, das tut eigentlich allen gut. Frauen tun sich da ein bisschen schwerer, denen möchte ich dann besonders Mut machen. Traut euch einfach, seid wie ihr seid und lasst euch bitte nicht beirren. Alle, die nicht für euch sind, sind gegen euch. Tränkt euch von falschen Freunden, lasst euch nicht reinquatschen, wenn ihr euren Job ändern wollt, wenn ihr einen neuen Mann sucht, Liebhaber, was auch immer. Es gibt auch da diverse Portale, es muss ja nicht immer die große Liebe sein, guter Sex tut es manchmal auch. Aber neben dem Sex wünsche ich euch allen, dass ihr eure Talente nicht nur entdeckt, sondern sie auch lebt, dass ihr euch nicht mehr unterdrücken lasst, weil wir haben zwar jetzt 2014, aber man höre und staune, es sind doch immer noch sehr viele Frauen da, die sich von Männern einreden lassen, wie sie zu sein haben, wie sie sich zu kleiden haben, dass sie nicht zu laut lachen, dass sie nicht dieses sollen und jenes sollen und und und. Alles Bullshit, sage ich, hört auf mich, habt jede meiner Erfahrung und glaubt mir, wenn ihr das Leben lebt, was ihr wollt, seid ihr glücklich und was der Rest macht, das ist deren Problem. Also ein bisschen mehr Egoismus für die Frauen. Viele Männer sind von Natur aus, wahrscheinlich kommen die mit den Genen auf die Welt, schon absolute Egoman, das sollte ja nicht werden, aber der gesunde Egoismus ist absolut gut. Darum Mut, glücklich sein, sich trauen. Wenn ihr nicht weiterkommt, wendet ihr euch an mich. Webinare, DVDs, Bücher, natürlich auch Sprechstunden und so weiter. Und ja, ich drücke die Daumen, nicht nur für 2014, sondern auch für die weitere Zukunft. In diesem Sinne, bis dann, eure Susan Hiet. Und dann, ich bitte. dr.